Und Hallihallo! Daisy Epoch auf dem Moto-Server! Ich und Blackies Oase. Oh, ist ein bisschen laut. Bisschen sehr laut, muss ich nur ein bisschen leiser stellen. Jaaa. Cannot fire. Muss ich eigentlich auch mal machen, denn es ist für euch bestimmt zu laut. So, ich hoffe jetzt ist es ein bisschen erträglich. Jaaa, brettern wir den Zombie weg. Wir haben hier gerade, schön diesen haben wir gefunden. Und dachten uns jetzt mal, wir fahren mal ein wenig rum. Ja, auf jeden Fall. Wir haben coole Sachen gefunden, Holz, Zelte. Und suchen uns ein kleines Schwörtchen für eure Base. Jaaa. Und ich habe auch schon so eine ungefähre Idee, wo wir mal hinfahren. Weil diese Häuser hier, die sind zu klein. Nein, so ein großes wäre auch nicht schlecht. Aber hier die Villa. Jaaa. 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 Jaa. 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 Da ist ne Scheun und so. Ist eigentlich ganz geil die Idee, oder? Haben wir hier unsere Mauer schon drum rum? Aber gut, ne, hinten ist offen. Also. Jaa ist wieder gefahren. Jaa. Merken wir uns mal. Uh. Das Beste wäre so ein Stück im Fall, der weiß, der auch Holz hat und Holz hacken kann. Jaa. Hier ist eine große Firma. Äh. So eine Baudings. Da findet man bestimmt viel Material. Bestimmt. Ah. Wollen wir aussteigen und das riskieren? Nein, da hat sich eine Base dran gebaut. Guck mal genau hin. Na ja, sehe ich auch gerade. Jaa. Boah. Verzeiht mir mein Fahrstil hier. Der ist noch nicht ganz vollendet. Besser gesagt. Ich führe wahrscheinlich hierfür auch ich noch lange nicht gemacht. Ähm. Okay. Fahr mal 1, 2, 3, 4. Links. Jaa. Wir fahren mal in eine bekanntere Gegend würde ich sagen. Halt. Habe ich mich schon wieder verguckt? Oh ja. Oh ja. Bitte komm rum. Jawohl. Jaa. 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 Steig mal aus, guck mal nach ob es offen ist. Ok, mach ich. Ich halte Ausschau. ist abgeschlossen okay dann kommen wieder rein ins auto ist drin ja gut wir fahren richtig ja ja schauen wir nachher mal kurz im bobek vorbei oder so waren wir erst mal hoch nach arnoldstein scheißegal der interessiert mich nämlich nicht und ich habe richtig geguckt wird geschossen zeichen wir haben abgefahren einfach weiter haut doch ein uns kriegt er diesmal nicht einfach nicht gut weiter nur frage der zeit bis wir auf ein autotreffen oder so wo sind wir jetzt bei potkoren fahren wir mal hoch wir fahren mal zum airfield oben oder da haben wir ein bisschen dass der haben wir hier auf dem gelände auch langsamer wird so ein krüppelhaus hier sollte das für eine base schon sein hier wie dieses hier hast du mein zwei stockwerke ja da muss halt weil oder ist naja man kann ja auch aus steinwände bauen so ist das nicht nur aber ja gut nächste ortschaft biegen wir rechts ab alles klar so dankstelle hier ist die straße sagen wir doch glatt mal die straße hoch der motorrad ja egal ob ich mich sehen ich hoffe mal das war noch ganz kann gut da wäre nicht schlecht hm das ist echt wer weiß jetzt player Helmut Möller uuuhu uuuhu fährst wie besagt naja wer weiß vielleicht habe ich auch schon ein bisschen was zu tun können in dieser welt ist man sonst ganz schnell demotiviert ja das ist wohl wahr das meinst du warum die meistens immer nur leere whiskyflaschen findest ja auch die haben sich die anderen schon reingezackt weil die alle sprittig sind hier so halten wir mal kurz an hier an holtern ok naja gut wir können jetzt auch glatt durchs gebirge fahren aber wir doch da hinten ist doch die straße kommen wir uns kühlen oh 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 ich sehe nicht wo ich langfahre uuuhu ist das steil ich sehe nix ich sehe auch nix ich seh auch nix noch eine kammer row np ich hoffe hier vorne kommt eine straße ja ja guck mal an perfekt gefahren auf jeden fall auf den tag auch noch reich ja locker 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 ich gehe aber wieder in die außenansicht auch so wie du für uns wird person wird und first person wechselt so hier guck mal hier ist das dach das kaffee letztens waren wo wir erschossen wurden naja meinst du das zelt von uns steht da hinten noch mit dem ganzen holz drin unsere die in dem gelben haus steigst aus gehst nachgucken ich fahre kurz eine runde ich hole dich hier gleich wieder ab wenn du sagst fertig wo alles gleich geh mal reingucken und wenn man nachher ich mit fack fack komm raus komm raus komm raus ich komme hier steig ein und zwar schnell ich komme doch ich komme ich komme halt an ich habe angst um mein leben gerade dieser große dings mit den zwei propeller ich schieße auf uns ja am airfield hier wird auch geschossen also hier ist es sehr gefährlich sehr sehr gefährlich das heißt wir fahren weiter zombie gut 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 auch heute schon wird auf uns geschossen hast du probleme steig ich aus komme ich hin aus die stadt möchte foto durch facebook wir sind friendly nee nix ist hier imes wurde getötet ey imes ist drauf imes ist der kumpel von ranzratte zum beispiel ja sie ist ja schon einer von ranzratte da dann kann ja ranzrikt nicht so weit weg sein ja das denke ich mir auch vielleicht waren sie ja hier vielleicht aber auch unten am airfield wir fahren nach bobek runter oder ja da ist der imes gestorben ich würde sagen wir ersparen den leutchen jetzt erstmal die restliche rumfahrer rei und melden uns gleich wieder wenn wir in bobek ne 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 unten bei zaga und so sind ne oh verdammt ups da stand ja ein baum nein danke oder was nein reifen kaputt oh nein ja dreckskarre weißt du was dann rennen wir zurück da zum airfield ja auch machen wir jetzt auch schon ganz schön weit gefahren ja steigst du hier mal aus oder was ist los naja so ermüdlich auch steigen scheiße ist der reifen kaputt gegangen na komm lauf mal hier die straße zurück und dann meine freunde geht die action in der nächsten folge hoffen wir mal richtig los würde ich sagen bis dahin bleibt uns treu